Was ist Vernunft? Vernunft ist zum Beispiel, wenn man an der Kreuzung steht und der Stärkere dem Schwächeren über die Straße hilft. Vernunft können wir also in unserer Gesellschaft sehr gut gebrauchen, denn sie hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und Vernunft haben wir eigentlich alle, man muss sie nur einsetzen. Ich fange schon mal an. Meine Stimme für Vernunft.